Guten Morgen Börse Gemeinsam mit XTB, heute ist Donnerstag, der 2. November 2023 und wir wollen uns natürlich einen Blick gönnen auf die FED und auf die Leitzeitsentscheide von gestern und es ist das Szenario geworden, welches ich am wahrscheinlichsten erachtet hatte, zumindestens mal hatte ich das gestern hier mit Ausblick auf Gold ganz besonders thematisiert, das Spannende war vielmehr eigentlich die Reaktion des Marktes und ich finde die ist ziemlich ausdrucksstark und sehr stark, ehrlich gesprochen. Wir haben keinerlei große Veränderungen zu sehen bekommen in der Rhetorik, es war ein Abziehbild dessen, was die FED uns vor nahezu 6 Wochen im September präsentiert hat, auch im Hinblick auf weitere Zinsanhebungen, die sind weiter eine Option, das ist die Rhetorik gewesen, die Jay Powell hier gewählt hat. Und das ist genau dann der Punkt, wo man sagt, wenn der Markt darauf bullisch reagiert, wie er es getan hat, dann ist das ein eigentlich klares Signal, dass der Markt dort hinein interpretiert, das war es dennoch auf der Oberseite und vor allem nach den jüngsten Abschlägen und vor dem Hintergrund der Saisonalität. Das saisonale Fenster, was sich jetzt geöffnet hat, ist das eventuell etwas, was eben dann vielleicht der Startschuss für ein Jahresendrally ist. Wir werden auf die Details blicken in wenigen Sekunden, bevor wir offiziell starten, zunächst der Blick auf den Risikohinweis. Die Vision und CFD sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet, gehen mit dem hohen Risiko hinher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hiervon nicht für jeden Anleger geeignet, bevor man mit dem Handel beginnt. Erstellen nochmal bitte sein persönliches Risikoprofil und oder alles ein solches Erstellen von einem unabhängigen Finanzberater. Er hat sich dann auf xdb.com.de kostenlos seine Demo herunter, schauen, ob der Handel sich mit diesem Produkt für ein eignet. Falls ja, haben natürlich auch die Möglichkeit, ein Live-Konto zu eröffnen. Diesbezüglich nicht nur alle Informationen auf der Webseite xdb.com.de, auch darüber hinausgehend gerne den Kundensupport, wo ich Details gleich noch teilen werde, kontaktieren für Rückfragen, Zweckskontoeröffnung, Zwecksplattform-Einstellung, Zwecksumfassende Übersicht. Über Handelsprodukte, die handelbar sind und dergleichen. Bevor wir zu den Kontaktdetails kommen, kurz in eigener Sache, bitte nichts in den folgenden Minuten als Anlageempfehlung missverstehen. Es handelt sich um ein rein edukatives, rein informatives Event. Ich bin gerne bereit, alle Fragen zu beantworten. Unterhalb des Videos und innerhalb der Kommentarfunktionen teilt diese Sie dort gerne. Aber bitte nichts in irgendeiner Form als Anlageempfehlung missverstehen. Hier haben wir die Kontaktdetails für den Kundensupport im Berliner Büro. Telefonnummer, E-Mail-Adresse, wie die Kontaktaufnahme beliebt, kurz zu xdb.com als Broker, bester CFD-Broker des Jahres 2023. Ausgezeichnet von Brokerwahl, die Gründe dazu geführt haben, findet ihr einmal hier links aufgeführt. Und ein Grund mit Sicherheit, der dazu ganz wesentlich beigetragen haben dürfte, die xStation, auf die wir jetzt einen Blick werfen wollen. Und einen Blick werfen wollen auf den DAX zunächst einmal. Und nochmal einordnen, wo wir stehen bzw. standen. Wir hatten zu Beginn der Woche ein Szenario skizziert gehabt, wonach ich sagte, das ist eine eventuelle sogenannte bullische Divergenz, die sich hier herauskristallisiert. Und wir haben dann ausgehend von dieser Divergenz eine zumindest technische Reaktion erwarten können. Also zunächst einmal eine Aufwärtsbewegung, vielleicht durch ein abnehmendes, ja, bärisches Momentum eben, was ich aus solcher Divergenz eben widerspiegelt meiner Interpretation nach, in die Fed hinein. Und dann wird die Frage sein, wie wird die Fed sich präsentieren? Wie wird der Markt darauf reagieren? Wir hatten ein Szenario skizziert gehabt, hatten gesagt, Leitzins wird unangetastet bleiben. Da haben wir keine große Überraschung zu sehen bekommen. Viel interessanter wird sein, was wird die Rhetorik hergeben. Und ich hatte dann gesagt, die Rhetorik, die wir zu sehen bekommen, zu hören bekommen dürften, wird einfach eine Reformulierung des Status Quo sein, im wahrscheinlichsten Falle. Der Markt wird natürlich hoffen, dass es ein klares Signal gibt. Also sprich, es gibt keine Leitzinsanhebung, es gibt doch noch eine, wie auch immer. Aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir eine solche zu sehen bekommen. Wie gesagt, es gab Möglichkeiten in die eine oder andere Richtung. Einerseits BIP-Zahlen letzte Woche zum Beispiel aus den USA. Da kam der Verweis von Jay Powell tatsächlich. Und wir gehen mal kurz auf den Artikel, vielleicht von der Tagesschau. Ich habe den hier mal vorbereitet. Die haben das relativ gut aufbereitet. Also Notenbank lässt Leitzins unverändert. Höchstes Niveau seit 2001. Und das Interessante waren dann aber die Kommentare. Weitere Zinsschritte ungewiss. Das steht hier oder weiterer Zinsschritt ungewiss. Es ist so, dass wir an der Stelle zwar sehen, dass sich die Finanzierungsbedingungen hier verschärft hatten. Und dass die FED jetzt nach ihrer aggressiven Erhöhungsreise oder Serie nun geduldiger sein kann. Allerdings ist es eben auch so, dass innerhalb des Dotplots, auf den wir gestern hier verwiesen hatten, eine weitere Anhebung um ein Viertelprozentpunkt dieses Jahr ins Auge gefasst wird. Und jetzt ist es eben so, dass Powell gestern sagte, wir haben noch einen langen Weg zum Inflationsziel vor uns, 2%. Und Hinweise auf ein robustes Wirtschaftswachstum, Stichwort BIP-Zahlen letzte Woche, könnten eine weitere Zinssinnung erfordern. Allerdings seien die Folgen der bisherigen Straffung noch nicht vollschwür. Der Geldpolitische Ausschuss werde angesichts des Erreichten vorsichtig agieren. Und das Interessante ist eben jetzt an dieser Stelle, das ist genau das, das hatten wir auch schon im September zu sehen bekommen. Also das heißt, oder zu hören bekommen, das ist also nichts wirklich sonderlich Neues. Es hat nicht dazu geführt, und das ist vielleicht dann auch nötig, mal zu schauen, was macht der Markt denn daraus, was macht der Terminmarkt daraus. Wir haben keinerlei Veränderungen zu sehen bekommen im Hinblick jetzt auf das, was wir für die Dezimbersitzung erwarten. Da ist es weiterhin so, dass die Marktteilnehmer erwarten, dass die FED keinen weiteren Zinsschritt auf den Weg bringen wird, sondern auf dem Status quo verharren wird. Da waren wir gestern bei, ich glaube, rund 70%, 75%, jetzt sind wir bei 80%, also leicht zugenommen auf die Rhetorik. Das wird also, das ist das, was der Markt interpretiert in diese Worte von Paul. Und zur Mitte des nächsten Jahres, gehen wir bis Juni, sehen wir weiterhin jetzt nahezu eigentlich dem identischen Level wie gestern auch, dass die FED eine Leitzinssenkung um 25 Basispunkte wird auf den Weg bringen. Aber, dass es das nochmal eben größtenteils eben war. Und so, wie regiert der Markt da drauf? Nun, der DAX, der reagiert initial, das haben wir hier auf Stundenbasis, wir gucken uns das mal auf kurz auf 5 Minuten Basis an, der reagiert initial hier nach einem relativ starken Start eigentlich in den Handelstag. Also wir sind recht bullisch, recht positiv seitens der Wall Street in die FED reingekommen. Und der DAX, der folgte im Windschatten eben dann auch den USA Indizes. Und wir sahen dann einen kurzen Flasch hier und dann kamen die Käufer rein. Also dieser kurze Flasch tiefer, aber das Nicht-Unterschreiten, das waren nachhaltige Unterfallen, Unterschreiten wieder der 15.000er Marke. Das war eigentlich ein starkes Signal, bullischer Breakout, starker Tagesschluss. Naja, und jetzt kommen die Käufer rein. Also wir sehen es, es ist kurz nach 9, 9.20 Uhr ist es jetzt in diesem Moment, wir sehen Bullish in Opening Drive. Und es sieht ganz danach aus, als wenn eben genau dieses Szenario sich dann herauskristallisiert, was ich favorisiert hätte für ein Halten, so wie sich das herauskristallisiert hätte, nämlich das wird übergeordnet in Richtung dieser, die September, das ist die FED-Sitzung im September gewesen, die Hochs. Und hier die Oktoberhochs, diese Abwärtstrendlinie, dass wir erstmal einen Test dieser zu sehen bekommen und sich dann so ein bisschen die Frage stellt, gibt es ein Verharren, gibt es ein Verweilen, Break höher? Vielleicht, Fakt ist auf jeden Fall einmal, dass wir zunehmend jetzt Anzeichen hier sich verdichten sehen, dass es das wenigstens kurzfristig, vielleicht sogar saisonal begünstigt, auch jetzt für dieses Jahr auf der Unterseite erst einmal, also für dieses Jahr auf der Unterseite war heute mir so komisch an, weil wir doch einen extrem starken Bullrun gesehen haben. Nehmen wir mal auf der Unterseite wahr, ausgehend von der jüngsten Schwäche im August, September, die wir zu sehen bekommen haben, Korrekturbewegung. In dem Zusammenhang, Blick auf den S&P, wir hatten herausgestellt gehabt auf der Unterseite eine Rückeroberung hier, das ist ungefähr der 4.250er-Region, die haben wir jetzt zu sehen bekommen, also diese hier unten eingefangene blaufarbene Linie ist es an dieser Stelle. Auch hier besteht jetzt realistisch mit einem Halten oberhalb, auch wenn ich noch gerne für eine finale Bestätigung übergeordnet wenigstens eine Rückeroberung der 50-Tage-Linie sehen wollte, also diese orangefarbenen gleitenden Durchschnitts, aber nichtsdestotrotz scheint mir sehr realistisch, dass wir wenigstens nochmal in diese Gefilde vorstoßen, vielleicht jetzt auch in Thanksgiving hinein, erst einmal einen Bounce gegen dieses Level, wo sich dann zeigen müsste, sind wir in der Lage zu halten und dann sehen wir nochmal einen finalen Push auf der Oberseite, vielleicht sogar mit Bruch, somit dann ein Auflösen dieser Abwärtssequenz oder dieses Bruchs dieser Trendlinie, der dann zu Beginn des Jahres 2024 die 2023er-Jahreshochs gefilde ungefähr um 4.600 Punkte in den Mittelpunkt des Geschehens zurück, beziehungsweise darüber dann sogar in der ersten Hälfte des Jahres 2024 realistisch die Allzeithochs auf der Oberseite aktivieren könnte. Dafür ist noch ein bisschen was wegzuräumen und wie gesagt, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, aber die Vorgaben, die sind jetzt schon mal relativ stark auf einer eigentlich sich nicht veränderte Rhetorik. In den Queues, so querstrich im Nasdaq, sieht es glaube ich sogar noch ein bisschen stärker aus. Da sind wir schon in Schlagdistanz zu der 50-Tage-Linie. Wie gesagt, ich hatte das immer wieder auch mal gesagt gehabt, glaube ich zu Wochenbeginn, wenn ich mich recht entsinne, das könnte man auch durchaus als Bullenflagge interpretieren. Auch hier sehen wir in diesem Zusammenhang jetzt eine Rückeroberung dieser wichtigen Region, so möchte ich sie bezeichnen, um ungefähr 14.500, 14.600 Punkte. Deutlicher Schluss oberhalb, den wir hier zu sehen bekommen haben, der den Weg bereitet eigentlich in den Queues, querstrich im Nasdaq, im Technologieindex, in Richtung dieser oberen, und Bullen werden das als Bullfleck bezeichnen, also oberen Flaggenbegrenzung eben wohl auf den Weg bringt. Also realistisch, dass wir in den Wochen Schluss einen Test der 15.000er-Region zu sehen bekommen. Und wir bekommen auch kurzfristig jetzt klare Signale. Wir hatten gesagt, sowohl im SPDR, also im ETF auf den S&P 500, als auch in den Queues, also im ETF auf den Nasdaq 100, wollen wir sehen, kurzfristig für die Longseite, dass es zu einer Rückeroberung der 5-Tage-Linie kommt, dass die ausflacht und wieder aufdreht. Das war das, was wir sehen wollten. Und wir sagten, ja, eine Drift drüber in die Fett hinein ist denkbar, aber dann wird es sich zeigen müssen, kommt die Fett dahingehend raus, dass die Marktteilnehmer sagen, ja, das hört sich irgendwie vielversprechend bullisch an, und wir kaufen dann auch. Und das ist das, was wir hier zu sehen bekommen jetzt. Also wir haben gestern ein kurzes Verharren gesehen und dann ein bullischer Breakout in den Schluss hinein. Das ist ein 30-Minuten-Chart. Wir drehen wieder auf in der 5-Tage-Linie. Wir haben sie deutlich zurückerobert. Wir handeln jetzt oberhalb dieser, im Falle des S&P-Tiefs, die wir hier Anfang des Monats Oktober ausgebildet haben. Also das ist die Region ungefähr um 420 Punkte. Das gleiche Bild in den Queues an dieser Stelle, also im ETF auf den Nasdaq 100. Da sind wir über die September, über die August-Tiefs zurückgelaufen, beziehungsweise auch hier über die Oktober-Tiefs entsprechend zurückgelaufen. Deutliche Rückeroberung an dieser Stelle. Wir werden jetzt diese Daten hier rausstreichen aus dieser 5-Tage-Linie. Das bedeutet also, die 5-Tage-Linie wird deutlich auch anziehen. Ich sehe realistisch, erstmal ein erstes Ziel im Bereich, so ungefähr um die 360 auf der Oberseite. Oberhalb sogar realistisch. Dann, es hängt so ein bisschen davon ab, wie viel Bullisch es jetzt reinkommt. Aber ich will nicht ausschließen, dass wir vielleicht in diese Woche noch, vielleicht dann auch in der kommenden Erst, aber nichtsdestotrotz zeitnah, bis in Gefilde um die 367, 368er-Region vorstoßen. Wir haben in der nächsten Woche, also wir haben jetzt noch ein fundamentales Event diese Woche, nämlich die Non-Farm-Pay-Rose, die Arbeitsmarktzahlen aus den USA. Kalender nächste Woche. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir die Inflationszahlen nächste Woche. Ich will es nicht beschreien. Wir müssen jetzt mal ganz kurz schauen. Donnerstag vielleicht am 9. kann das sein. Nein, dann ist es die Woche drauf. Dann werden wir in der Woche drauf die Inflationszahlen haben. Mal gucken, was wir dann ohne entsprechend große, fundamentale Trigger nächste Woche hier zu sehen bekommen. In der Woche drauf, wie gesagt, also nächste Woche relativ ruhig. Und dann in der Woche drauf die Inflationszahlen. Im Print unter der Erwartung könnt ihr dann hier nochmal weitere Bulleschnüsse befeuern. So weit sind wir aber nicht. Jetzt ist zu viel Zukunftsmusik. Jetzt haben wir erstmal kurzfristig ein klares Signal seitens der Bullen zu sehen bekommen. Die Long-Seite ist zu favorisieren. Das heißt nicht, dass sie auch weiter zu favorisieren ist. Eventuell gibt es heute einen Reversal. Wir werden abverkauft. Jegliche geopolitische Eskalation oder dergleichen. Sprich natürlich könnte das begünstigen. Im Gazastreifen, das ist definitiv ein Risiko. Aber nichtsdestotrotz, die ersten Zeichen sind gesendet, dass es eben die Long-Seite ist, die zu favorisieren ist. Ich finde auch final noch ganz kurz einen Blick auf Gold lohnswert. An dieser Stelle auch Gold mit einer starken Reaktion. Wir haben ja einen extrem starken Lauf seit den letzten Non-Farm-Payroads zu sehen bekommen. Durch die geopolitischen Spannungen. Und jetzt haben wir eine Rhetorik, die eigentlich eine Korrektur in Gold begünstigt. Wir sehen einen kurzen Flasch. Aber wir halten innerhalb dieser Konsolidierung, die wir jetzt übergegangen sind. Mit Ausblick auf die Non-Farm-Payroads. Aktuell, ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere sitzt vielleicht schon mit dem Finger am Abzug und überlegt sich, den Bruch über die Hochs von gestern oberhalb von 1990 zu kaufen. Ich glaube, das ist noch zu früh. Ich würde die Non-Farm-Payroads morgen abwarten wollen, die Arbeitsmarktzahlen und schauen wollen, ob wir vielleicht ein ähnliches Szenario wie letzten Monat zu sehen bekommen, wo wir eine ähnliche Konsolidierung in einem natürlich etwas anderen Umfeld, bärischen Umfeld mit hohen Zinsen zu sehen bekommen haben. Ein kurzer Flasch tiefer, der dann gekauft wurde. Ähnliches Szenario könnte morgen anstehen mit den Non-Farm-Payroads, die auf der enttäuschenden ADP-Zahlen, das war auch im letzten Monat der Fall, vielleicht wieder positiv überraschen. Dann gibt es einen kurzen Flasch auf der Unterseite. Aber wir sehen dann wieder Käufer reinkommen gegen die 9,60, 9,65. Das könnte ein Signal sein, dass wir nach unten erstmal fertig sind und dass wir dann vor einer Rückkehrung der 2.000-Dollar-Marke stehen. Aber aktuell der Fokus auf jeden Fall auf Aktien, Indizes und beziehungsweise auf Einzeltiteln, die durchaus spannend sein können. Mein Tipp für heute, werft mal einen Blick auf Roku nach den Earnings von gestern und erinnert euch mal dran, was vor drei Monaten passiert ist. Ich will nicht sagen, dass es wieder so kommt, aber im Gesamtkontext könnte Roku ein durchaus interessanter Kandidat für Longplay sein, sollte die Long-Seite das zu favorisierende, die zu favorisierende Seite der Marktteilnehmer heute sein. Happy Trading! Pass auf die Sobs auf, wir hören uns morgen wieder zum Wochenschluss hier zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit der XDB. Glaubt euch wohl, bis dann und tschüss.